Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zu den spätesten Adventskalender, den ich bis jetzt gemacht habe, also beziehungsweise Adventsfenster. Ich kam jetzt gerade sofort rein, hatte heute den ganzen Tag total Stress, hab's noch niemals geschafft, irgendwelche Fragen noch auszudrucken, neue, weil ich hab so viele Fragen neu bekommen. Schreib wirklich noch weiterhin welche rein, nur ich hab null Zeit gehabt, jetzt irgendwelche Fragen auszudrücken. Ich war heute bis ein Uhr noch in der Schule, auf dem Wochenende, Tag auf der Tür und jetzt den ganzen Abend war ich weg und heute Mittag hab ich übelst viel zu tun gehabt, Hausaufgaben mäßig. Entschuldigt, dass das, wir haben jetzt schon 10 von 9 und ich bin mal gespannt, wann das Video heute online kommen wird. Ähm, naja, und ich will jetzt ja auch nicht viel labern, wir machen jetzt einfach mal sofort den nächsten Adventsfenster. Ich ziehe natürlich, ich will mich jetzt erstmal mal kurz ein bisschen. Und, okay, wir machen jetzt so und ziehen mal vorsichtig eine Karte. Okay, das ist eine kleine. Machst du, ey, ich, 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 okay, sieh das so gut, okay. Ähm, machst du noch DJ-Videos, meine Zocker? Ähm, ja, es werden natürlich noch DJ-Videos kommen. Ähm, ihr habt, ihr habt das vielleicht, okay, ihr habt es, glaube ich, vielleicht noch nicht mitbekommen. Und zwar, oder, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ähm, und zwar steht in meiner Videobeschreibung jetzt, ähm, praktische Tipps und Trick zum Thema mobilen Disc-Joggers. Und ich erkläre euch halt DJ-Sachen und so. Sondern, was hat er da jetzt gemacht? Sondern, ähm, da steht jetzt was ganz anderes drin. Das ist relativ neu noch. Und zwar, ähm, ich werde jetzt rennen, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Hier findet ihr praktische Tipps. Ne, hier findet ihr alles zum Thema mobilen Disc-Joggers und alles rund um Thema Technik. Regelmäßige Tests und Checks zu jedem Produkt. Und, ähm, das heißt, ähm, das halt jetzt nicht nur hauptsächlich DJ-Videos kamen. So war es ja eigentlich mal gedacht, dass ihr halt mal Videos über irgendwelche DJ-Sachen macht. Es kam ja jetzt hier zum Beispiel das über den Computer. Und das kam ja auch echt gut an, das Video. Und sowas wird natürlich auch weiterkommen. Und, ähm, ja, es werden noch Videos kommen. Wer hat das überhaupt, äh, geschrieben? Der meine Zocker? Äh, okay, die Kamera fuchsiert das jetzt nicht. Ähm, ja, das finde ich eine gute Frage. Ähm, ja, es werden, wie gesagt, noch DJ-Videos kommen. Zwar jetzt nicht mehr so viele, weil ich jetzt erstmal wieder am Gucken muss, was ich mir hole. Wie gesagt, ähm, naja, würde ich jetzt auch schon wieder eine Frage weggeben. Okay, das beantworte ich dann jetzt noch nicht. Ähm, nein, es werden noch DJ-Videos kommen. Jetzt waren nicht so viele. Ähm, aber so zwischendurch wird dann noch eine neue Room-Tour geben, weil halt welche fragen, ob ich nur ein Zimmer hab, weil wo ist mein Bett und sowas. Ähm, und es gibt dann noch eine Room-Tour. Also hier von diesem Zimmer nochmal ein Update, weil ihr seht ja, dass ich halt hier einen anderen Hintergrund hab und so. Und ich krieg hier die ganze Zeit irgendwelche, ich mute mal kurz einmal den Channel, wartet mal, Leute. So. Und, ähm, naja, wie gesagt, wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und es ist wirklich schön, wenn ihr mich abonnieren würdet und dann sehen wir uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dahin, tschüss.